Hi Leute und herzlich Willkommen zurück aus der AuaAua Adventure Map, äh, Tjag, 777 verkloppt mich schon wieder. Ganz klar, hier, immer am Tag. Lass es, ah, es tut doch weh. Okay, äh, wir haben so ein paar Dinge im Hot & Freeze Level jetzt nochmal gefixt, ähm, das mit dem, äh, Befehl am Ende, mit dem Title-Befehl, dass du am Ende, äh, den Text ausgegeben bekommst, dass du das Level geschafft hast, das werde ich ganz zum Schluss fixen, weil ich das für jedes Level machen müssen und das dauert müssen, wir haben heute nicht so viel Zeit, wir werden, glaube ich, heute auch nicht alle Level schaffen. Aber das ist ja noch mehr ein Grund, uns jetzt zu beeilen und das nächste Level zu machen und das ist Black & White. Achso, äh, los geht's. Ja, wir haben gerade die Schwierigkeit bei, äh, Dings, ach, egal. Ja, ich würde sagen, das ist eines der schwierigsten Level tatsächlich, ich setz kurz Spawnpoint. Äh, ja. Ich glaube, wir werden alle teleportiert, wenn du Press to Start machst. Ist auch wieder so ein Fehler. Oder wird nur at P, ich weiß es gerade nicht. Wahrscheinlich alle. Ja. Ach nee, du bleibst da stehen, also, ähm, du wirst nicht teleportet. Du wirst nach unten teleportiert. Ja, okay, aber, ähm, du, das ist sehr egal, weil du wirst ja nicht auf einem Block teleportiert. Aber was ist denn, wenn ich es jetzt geschafft habe und unten bin, dann bin ich plötzlich out of map. Stimmt. Okay, dann, ähm, dafür müsste ich ein Radius dann angeben. Ja. Warte. Vielleicht war ich auch so schlau und hab das gemacht. Ah. Ähm. Guck mal, ich hab das nicht gemacht. So, was für ein Radius muss ich angeben? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, eins, zwanzig, zweiundzwanzig. Machen wir mal 25. Ein Radius von 25. Okay, damit sollte es jetzt keine Probleme machen. Dasselbe muss ich im Matrix-Level auch noch ändern. Okay. Game Mode 2. Und los geht's. So, das Level ist ziemlich schwierig, muss ich zugeben. Ja. Ups. Los geht's. Au. Ups. Okay, das könnte jetzt dauern, Leute. Ja, weiß ich. Theoretisch brauchst du bei diesem Level nicht viel Zeit zum Ausrichten. Easy. Easy. So, fällst du jetzt? Ja. Und ich werde nicht teleportiert. Geil. Ich werde nicht teleportiert. So, ich hole mir schon mal die Chofi, Leute. Denn, ähm. Achso, genau. Ich möchte mal ganz kurz sagen, also das wird wahrscheinlich jedem jetzt schon seit der ersten Folge klar sein. Aber, wenn ihr diese Map spielen wollt und, ähm, euch nicht spoilern wollt, dann sind diese Videos leider nicht für euch. Äh, es tut mir wirklich leid, aber es lässt sich relativ schlecht vermeiden, dass wir euch hier nicht spoilern. Ach ja, Jump Boost. Äh, es lässt sich relativ schlecht vermeiden, dass wir euch nicht spoilern. Und, ja. Deshalb, ihr seht jetzt schon, ich weiß natürlich genau, wo die Chofi ist. Den Tag 770 wird das wahrscheinlich selber herausfinden müssen. Ja. Wenn ich dann irgendwann mal, ähm, ne? Ja. Wenn du das Level übrigens aufgibst, dann hat das einen ziemlich hohen Schwierigkeitsgrad, würde ich schätzen. Ich komme ja nicht mal unter die ersten zwei Meter, also. Was? Ich komme weg, heißt es an der ersten und zweiten Plattform. Also ich weiß ja, dass das Level nicht das einfachste ist, aber es sollte eigentlich auch... Ja, super, ne? Super, ne? Super. So schwierig ist es eigentlich nicht. Ja, äh... Ja, ähm, wenn du noch brauchst, dann... Ich brauche noch. Okay, dann setze ich schon mal die Schafe hier neu. Hat ja sonstig zu tun. Okay, ich schieb mal ganz kurz... Hast du da eigentlich Glas eingebaut? Nee. Okay. Aber das Level ist halt doch schon dann schon ein bisschen Augenkrebs tatsächlich, weil, ähm... Es ist halt sehr viel Weißes und sehr viel anderes Dingsen ist. Ja, es sei denn, es fehlt die Wand. Okay, dann mache ich mal ganz kurz eine Bildschirmaufnahme. Oh. Was seht ihr jetzt? Wahrscheinlich, äh, ziemlich viel Zeug. So, jetzt sollte die theoretisch Google sehen. Wenn nicht, dann ist doof. Mann, so viel... Ich probiere währenddessen noch ein bisschen rum, Alter. Ja, ja, tu das. Ja, also, ihr... Ich glaube, ihr... Ja, ihr seht gerade Google. Alles klar. So, das ist MC Stacker. Einer meiner Lieblingsseiten im Internet. Wir wollen Summon machen. Wir wollen ein, ähm... Sheep Summonen. Ja. Das soll... Äh, Gravity kann es ruhig haben. Glowing nicht. Ähm... Pitch. Was war denn jetzt nochmal was? Ja, war das, glaube ich. Wir machen mal ganz kurz 180, einfach so zum Test. Und... Dann... Einmal... Color. Einmal Black. Das ist 15. Einmal... Und White müsste dann normal sein. Alles klar. So, das... Ne, warte, warte, warte. Ganz, ganz wichtige Sachen vergessen. Einmal Silent. Und... I'm in... Vernable. Und... Dann... Wo ist no AI? Da. Okay, das ist unser Command, den wir haben wollen. Und jetzt möchte ich, äh... Bei euch jetzt alles wieder auf die Spielaufnahme umstellen. So. Jetzt sollte Michael wiedersehen. I guess. Ja, hoffe ich auch mal. Ja. Wäre aber auch nicht so schnell, wie die Aufnahme nachher nicht so ganz... Komplett nicht... Alter, 97 Tore, Junge. Geh, geh. Geh mal ganz kurz in den Game Mode 1. So, das ist jetzt ein bisschen Map-Making hier nebeneinander. Ich habe das Gefühl, das ist wie bei... Oh, 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 oh. Allem anders. Ja. Das ist geschafft! Nach nur 89 Versuch... Okay, nee, das ist fies. Äh, moment. Moment, ich spawn hier mal ganz alles scharf und neu, okay? Ja. Ich weiß, der tanzt aus der Reihe, aber es ist nicht so schlimm. Äh, wir brauchen jetzt... Och, nö. 270 müsste das jetzt sein. Ja, 270 passt. Wie an den Creative Mode geht dieser Lappen? Junge, der Cheater. Ich entnehme dir gleich OP-Rechte. Hat niemand gesehen. Alle, die, äh, glauben, dass Tiag77 ein Cheater ist, alle bitte mal Hashtag Cheater in den Kommentaren schreiben. Damit das hier mal klar ist. Also, das geht ja gar nicht. Was? Ich cheat doch nicht. Nein, ich hab's nur gerade live auf Aufnahme, ne? Richtiger Spacken, Alter. Okay. Game Mode 2. So, alle Schafe wiederhergestellt. Wenn du jetzt Kill at E eingibst, dann bist du für mich ab sofort gestorben. Ich hab' wieder den Befehl bekommen. Ach, darauf, da kommen noch ein paar Level, ne? Das sind jetzt ja eigentlich alles noch Level, die Tiag77 theoretisch kennen sollte, weil die ja alle noch existiert haben, als er noch mitgebaut hat. Okay, ja, bitte sehr. Choose your hole. So, ein Level, was jetzt übrigens, äh, auf dir gehört, ne? Also, dein eigenes Level! Möchte ich, möchte ich nur mal anmerken. Ups. Au. Ähm, wo langt man da noch gleich? Äh, eins von den vier Leichen ist das richtige, ich weiß gerade auch nicht mehr welches. Das war's über nicht! Das war das mit dem blauen Glas. Also, eins ist mit blauem Glas, eins ist mit blauer Wolle, eins ist mit Wasser und einem Bearwayblock drüber und eins ist Wasser, wo du auch reing springen kannst. Ich merk schon, über dem Wasser sind Bearwayblock drüber. Und ich hab's mit der blauen Wolle erwischt. Da kann's eigentlich nur noch das hier in der Ecke sein. Au. Ja, es ist das. Ähm, wenn du springst, ne? In den Trichter rein, 180 Grad drehen, dann ist es das, äh, oben links. Okay. Also, wenn du normal springst, dich nicht drehst, unten rechts. Ne, doch, unten rechts, ja. Au. Weißt du, wie ich's meine? Ja, weiß ich. Okay. Das Level ist nicht einfach, weil du wirklich genau diesen... Ich hab's geschafft. Weißt du, immer wenn ich sage, das Level ist, äh, schwierig, wegen, bla bla bla, dann und so, ne? Ja, dann hol ich mir schon mal die Trophy, hier geht's back to hub. Ah, das wollen wir natürlich nicht, wir wollen die Trophy. Wie gesagt, Spoiler-Gefahr für alle. Dann bitte jetzt einmal kurz wegschauen. Oder zehn Sekunden vorspulen, da gibt's ja diese nette Funktion auf dem Handy. Aber Tjax und Sitzien hat noch das Vergnügen, gleich die Trophy zu finden. Mal sehen, wie er das meistern wird. Ich kenne dich auch, ich weiß auch alles, hallo, ja? Stimmt, erst in deinem Level, ich wollte grad sagen, also bei deinem Level musst du ja wissen, wo die Trophy versteckt ist, ne? Also, das ist ja wohl das Mindeste, was man erwarten kann. Oh, grad richtig, ich hab grad, ich hab grad ne richtig geile Kamerafahrt mit, äh, Optifine gemacht, wo du runterfällst und dann richtig stilgerecht aufklatscht. So, und da kommt, kam ja. Ja, du hast, äh, 112 Nefs, also? Ja, und da hat 200 wirklich nix. Also eigentlich sag ich ja, im Unternehmende geht nix, aber das lässt sich hier nicht so einfach einrichten. Also ich finde, dieses Beta-Kreuzer solltest du schon schaffen, ne? Ja, das schaffe ich in den meisten Fällen ja auch nur. Ja, außer bei den letzten sieben Malen. Ja, bin ich meistens am Trichter, äh, gescheitert. Ähm, Trichter. Also der Trichter sollte relativ einfach sein, das ist ja nicht mein Einer Trichter. Ja, das ist wahr, das ist tatsächlich wahr, dass es dann etwas schwieriger ist. Aber ich kann ja schon mal sagen, ne? Das Level hoppast, da musst du dich viele Trichter durch und die sind alle nur mit einem 1x1 noch unten, also. Ja. Und trotzdem ist das Level irgendwie einfacher als das hier. Weil hier ist halt noch diese Schwierigkeit mit den vier Löchern hier und deshalb heißt das Level ja auch Tschüss, ja ho, also wähle deinen Landepatz praktisch in dem Fall. Ich könnte jetzt das sagen, aber das dachte ich mal wieder. Äh, lieber so rum. Ja. Ja, also Leute, ich glaube, ich werde jetzt mal ganz kurz cutten und wir sehen uns wieder, wenn Trags in sich das Level geschafft hat. Warst du grad ein Wasser drin? Nee. Das sah so aus. Ja, wir sehen uns gleich wieder, oah. Trags in sich das Level geschafft hat. Wir sehen uns gleich, Leute. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Bis gleich. Aber ich werde besser. Immerhin. Immerhin. So, hallo Leute, wir sind wieder zurück. Der Trags in sich hat's nach nur 204 Versuchen geschafft. Wie fühlt man sich so? Wie fühlt man sich so als Sieger des eigenen Levels? Ähm, das kann ich weder kommentieren noch dementieren. Das ist gut. Ähm, wieso kann ich da runterfliegen? Ist was gewollt? Ja. Garantiert. Gott. Hat geklappt, ne? Ja. Äh, dann such mal Backdoor ab. Womit ihr, ob das jetzt funktioniert. Äh, wo ist denn der Backdoor-Up-Befehl? Bin Fisch. Was? Bin ich jetzt ernsthaft nicht? Hä? Der Optiker wird sich freuen. Ach so. So, hat das geklappt? Mit dem Titel? Ja, hat funktioniert. Sehr schön. Sehr gut. Ich hab, ich hab, äh, ja genau, hab ich mal ganz vergessen. In der Zwischenzeit hab ich alle Level gefixt. Also, da auch nochmal ganz kurz. So, jetzt darfst du die Schwierigkeit für dein eigenes Level aufschreiben. Hardcore. Jetzt kommt, jetzt steht er wirklich gleich so Hardcore dran. Unmoglig. Ja, okay, jetzt kommt es zum ersten Level, das du noch nicht kennst. Also, das du noch nicht kennen solltest. Wie findest du eigentlich das Ding? Da hinten. Ich hab vergessen, die Trophy einzuräumen. Egal. Icy Spikes. Das Level ist auch nicht besonders einfach. Ich, warte mal. Äh, bevor wir weitermachen. Ich reset mal ganz kurz den Counter. Kann sich ja niemand hiermit ansehen. Könnt man mal machen, ne? Ich meine, wir müssen bei meinen Zuschauern immer noch als Minecraft-Pros hier ankommen. Und dann darf man solche Werte hier nicht sehen. So, ihr habt nix gesehen, Leute. Tagen 1750 und ich, wir haben alles First-Try geschafft. Das sieht man am Encounter, den ihr jetzt rechts nicht seht. Also, man muss sagen, wir sind die obersten Pros in Minecraft. Es gibt wenige Leute, die haben noch mehr, also es gibt gar keine Leute, die haben mehr Skills als wir. Und das kann der Tagen 1750 natürlich auch bezeugen, ne? Ganz klar, hallo, wir sind Skills-Over-Pros zu sagen. Also, nur so, dass es für alle klar ist, äh, wir sind hier Mega-Skills. Wir können das halt nur nicht so zeigen, ne? Weil, äh, das wird ja voll lame rüberkommen. Oh, ja. Das wollt ihr euch auch nicht angucken, wenn wir da so warm wird durchgehalten. Ich meine, die ganzen 204 Tote, die ihr gerade eben gesehen habt, das ist natürlich alles gespielt. Ich meine, irgendwo muss es ja auch noch realistisch bleiben. Aber wir sind halt so unrealistisch, von daher, irgendwie, aua. Irgendwie müssen wir ja auch alles hier an die... Und ja, schon wieder, aua, fünf Tote. Ah, aua, sechs Tote. Okay, ich zähl lieber nicht. Und wie findest du das Level eigentlich designt? Ich bin im Wasser und hab das scheiß ungestorben. Ist ganz nett, ja. Au. Och, man, das ist so doof. Manchmal siehst du dich so dieses, ähm, halb durchsichtige Glas durch und denkst, da kommst du durch, aber du kommst da irgendwie nicht durch. Aua. Also, ich meine, du glaubst, dass da Luft ist und, ne? Ja. Ich hab's geschärft. Nice. Weißt du, zumindest, hast du schon mal zumindest einen Ansatz, wo du hin musst? Ja. Das ist gut. Ich hab's geschafft. Nice. Ja, dann, äh, frohes Vergnügen beim Suchen der Trophy. Ist nicht besonders schwierig. Äh, ach so, hier unten. Ja, sehr schön. Das nach elf Toten, ich bin begeistert. Das Level ist eigentlich auch relativ einfach. Ja. So, dann packen wir mal ganz kurz die ganzen Trophäen wieder in Land of Chairs. So, choose your whole und, ja, haben bisher jedes Level geschafft. Also, ich muss sagen, ich bin stolz auf uns und das natürlich in nur genau elf gespielten Tonen von dir. Ich meine, den Rest... Echt krass. Ja, ich muss sagen, also... Ne, ich wollte gerade sagen, äh, ich wollte vorhin noch fragen, wie dir, äh, das Ding hier gefällt. Ja, ähm, völlig gut. Flinten und Stock, ne? So, das jetzt, das ist jetzt ein witziges Level. Und ich muss zugeben, das Level habe ich noch selber nicht geschafft. Äh, was daran liegt, dass ich es auch erst einmal getestet habe. Aber ich kann sagen, das Level ist zu 100% machbar. Okay. So, das ist jetzt unser, äh, berüchtigtes Rainbow-Level, ich muss sagen. Und, wie sieht's aus? Augenkrebs? Halbrauenkrebs? Wie gefällt's dir? Au. Ähm. Kält er sich erst einmal. Oh. Also, durch den ersten Stift komme ich schon ganz gut durch. Das sind, äh, zwei Stifte. Man sieht's von außen vielleicht. Ich hab's geschafft. Okay, damit ist es bewiesen, das Level ist machbar. Und ich hole mir auch schon mal die Trophy, die habe ich... Äh, das ist relativ einfach. Als ob du es schon geschafft hast. Welches davon ist die Trophy? Ich hab die Schilder vergessen, verdammt. Äh, Moment. Äh, Moment. So, du schreibst mir die Schwierigkeit auf und ich in Sorte mal ganz und zieht Joe, wie man erinnert, scherzt. Easy. Easy going. Äh, wie lange nehmen wir noch auf, so mal eben kurz, für meinen Zeitplan? So lang, wie du willst. Also, ich kann die Folge jederzeit abbrechen und, also, und, und dann da hinten dran streiten, also. Weil ich hätte noch 15 Minuten, muss ich's halt gucken, ne? Tja, kein Problem. Gott, also... Ich kann auch einen theoretischen Teil, äh, wegcutten. 15 Minuten sind aber in Ordnung. Dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle kurz die Folge. Dann ist die nächste Folge ein bisschen kürzer. Dann schaffen wir da vielleicht nur zwei Level oder vielleicht auch nur eins. Je nachdem, wie scheiße wir sind. Und ich würde sagen, aua, wir sehen uns dann in den... Aiden Cross. Stimmt, ja. Äh, hängt da natürlich davon ab, wie viel Tode wir jetzt spielen und wie viel nicht. Okay. Also, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ciao.